Hey ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich euch 13 Highlights in iOS 18 und los geht's. Das allererste Highlight von iOS 18 ist, dass man jetzt Apps sperren kann. Und das funktioniert so, man bleibt hier länger auf dieser App drauf und danach steht hier unten auch schon dort ein Face ID anfordern oder auch Touch ID, je nachdem was du für ein Gerät hast. Und das wählen wir jetzt hier aus. Danach können wir jetzt hier entscheiden, ob wir jetzt nur die App hier sperren möchten oder ob wir die App ausblenden und sperren möchten. Das machen wir jetzt hier mal in dem Fall. Dann kommt hier jetzt so ein Screen, da wo du nochmal drauf hingewiesen wirst, dass du keine Mitteilungen und Anrufe oder Hinweise bekommst. Und ja, da gehen wir jetzt unten auf App ausblenden. So, dann gehen wir jetzt mal hier rein in die App Mediathek, gehen hier etwas runter und haben hier unten jetzt ausgeblendet. Wenn wir jetzt hier drauf gehen mit einem Tipp, dann kommt hier oben auch wieder Face ID oder Touch ID, je nachdem. Und ja, da haben wir jetzt die Möglichkeit, die Apps, was wir versteckt haben, wieder, ja, quasi sichtbar zu machen. Und wenn wir jetzt hier auf eine App drauf gehen, dann will er das Ganze hier auch nochmal entsperren. Und somit sind deine ganzen Apps dann gesichert oder versteckt, je nachdem. Das nächste Highlight von iOS 18 ist in Safari und hier haben wir jetzt eine Fortnite-Seite offen. Ist auch egal, welche Seite du offen hast. Hier unten haben wir auf jeden Fall ein, ja, kleines Symbol. Da gehen wir drauf und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, ablenkende Objekte auszublenden. Das wählen wir aus. Und hier wählen wir jetzt irgendwas aus, was wir ausblenden möchten. Hier in dem Fall die Cookies da, weil die Nerven so oder so. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, das Ganze auszublenden. Da gehen wir jetzt auf Ausblenden. Und somit ist das Ganze hier mit einer richtig schönen Animation verschwunden. Können hier das Ganze auch fertig machen. Und wenn wir jetzt hierher gehen auf nochmal Seite neu laden, dann ist das Ganze hier verschwunden. Und hier unten sieht man auch, ja, ein durchgestrichenes Auge, damit das Ganze jetzt so aktiv ist. Das ist auch eine richtig coole Funktion, muss ich sagen, um irgendwelche Sachen auszublenden, die, sage ich mal, so oder so stören oder nerven. Unter iOS 18 haben wir jetzt die Möglichkeit, ja, den Sperrbildschirm weiter zu erweitern. Und das geht so. Wir bleiben jetzt hier länger drauf auf dem Sperrbildschirm, gehen hier auf Anpassen. Und hier auf der linken Seite haben wir die Möglichkeit, den Sperrbildschirm auszuwählen. Und hier unten können wir jetzt die Steuerelemente frei auswählen. Also das bedeutet, hier könnte ich jetzt hergehen und hier Instagram nehmen. Und hier habe ich jetzt ein Instagram drin. Und auf der linken Seite könnte ich jetzt hergehen und nehme jetzt hier einfach mal den Taschenrechner. Jetzt habe ich hier den Rechner drin. Und vorher ging das Ganze nicht. Also da hatten wir ja nur die Auswahlmöglichkeiten mit, ja, hier Taschenlampe und hier die Kamera. Aber jetzt haben wir jetzt die Möglichkeit hier, wenn wir jetzt ja dann da drauf gehen, ja, dass jetzt hier der Taschenrechner geöffnet wird. Was nun endlich auch unter iOS 18 funktioniert, ist, dass man jetzt hier seine Apps frei anordnen kann. Das bedeutet also, du kannst diese jetzt hier unten irgendwo anordnen, die App. Oder du kannst sie hier unten rechts anordnen. Und somit kannst du dein iPhone oder dein Homescreen noch persönlicher oder noch kreativer werden. Unter iOS 18 haben wir jetzt eine weitere App bekommen. Und das nennt sich hier Passwörter-App. Also wenn wir jetzt hier reingehen, dann haben wir hier unsere ganzen Passwörter jetzt drin. Also das ist jetzt nicht mehr in den Einstellungen, sondern du hast jetzt hier eine separate App. Unter iOS 18 haben wir in den Einstellungen unter Nachrichten eine neue Funktion bekommen. Die finden wir in den Einstellungen unter Apps. Dann gehen wir oben in die Suche, geben hier ein Nachrichten. Und wenn wir jetzt hier drin sind, gehen wir etwas runter. Und hier steht auch schon dort ein RCS Nachrichten. Da gehen wir drauf, aktivieren das. Und das Ganze, das ist wie iMessage, bloß für Android. Also das bedeutet, wir können mit dem iPhone noch besser mit Android kommunizieren. Und ja, da können wir einfach hierher gehen, das MMS Nachrichten ausschalten. Und somit, wenn du, sag ich einmal, dein Provider anbietest das Ganze, dann kannst du ohne Probleme vom iPhone mit dem Android-Gerät kommunizieren. Also das bedeutet, irgendwann wird es vielleicht gar nicht mehr WhatsApp geben oder sowas in der Art oder keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Das Ganze ist auch Ende zu Ende verschlüsselt. Unter iOS 18 haben wir jetzt ein überarbeitetes Kontrollzentrum bekommen. Das bedeutet, wir können jetzt hier das Ganze hier auch anpassen, so wie wir es gerade möchten. Oder wir haben die Möglichkeit, das hier oben jetzt komplett auszuschalten, das Handy. Dann haben wir hier die Möglichkeit, noch weitere Seiten hinzuzufügen. Und können hier das so durchswitchen. Ja, dann können wir jetzt hier auch hergehen, da auch direkt eine Demo testen oder noch was anderes hier hinzufügen. Auf jeden Fall muss man sagen, finde ich auf jeden Fall sehr fein. Und hier ist das Ganze auch alles noch bunter gestaltet. Also hier bei der Helligkeit zum Beispiel das Gelbe und bei der Musik jetzt zum Beispiel oder beim Sound jetzt hier dann ist Blau. Das haben sie wirklich sehr schön gemacht. Und hier oben übers Plus kannst du zum Beispiel auch das Ganze hier dann bearbeiten. Aber es reicht in der Regel, wenn du hier irgendwo eine Ecke nimmst, da wo nichts ist, bleibst länger drauf. Und somit kannst du dann auch dein Kontrollzentrum oder Homebildschirm bearbeiten. Unter iOS 18 haben wir jetzt eine weitere Batterieeinstellung bekommen. Die finden wir in den Einstellungen unter Batterie, unter Laden. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, das Ladelimit festzulegen, ja, ab wie viel Prozent er quasi aufhören soll, aufzuladen. Und vorher war das nur möglich, das Ganze nur bis 80 Prozent vorzuladen, weil wir da nur einen Riegel hatten, da wo wir das nur anschalten konnten, dass er nur bis 80 Prozent aufladen soll. Und somit können wir das Ganze jetzt hier freiweg selber entscheiden, ja, was er für Ladelimit haben soll. Unter iOS 18 können wir jetzt noch mehr unsere Apps anpassen. Also wir halten hier einfach gedrückt und können hier oben auf Bearbeiten gehen, gehen hier auf Anpassen. Und dann kommt hier unten wenigstens so ein Fenster. Da haben wir jetzt die Möglichkeit, das Ganze hier einzustellen, ob wir jetzt dunkle Icons haben möchten oder das Ganze automatisch hier ablaufen soll. Oder wir können hier das Ganze auch einfarbig hier schön einfärben und das Ganze funktioniert auch in groß. Also da ist dann die Schrift ausgeblendet und können hier das Ganze auf automatisch stellen oder auf dunkel oder auch auf hell. Und das ist auch eine sehr coole Erneuerung. Unter iOS 18 haben wir jetzt eine neue Taschenrechner App bekommen. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, wenn wir jetzt hier was eingeben, das rauszulöschen. Oder hier, wenn wir jetzt das Icon hier auswählen, können wir das Ganze auf mathematische Notizen umstellen oder auf wissenschaftlich umstellen. Oder wir können auch das Ganze umrechnen. Also hier von Euro auf US-Dollar oder von US-Dollar auf Euro. Oder wir wählen jetzt hier mal die mathematische Notizen aus und können jetzt hier hergehen, das Ganze hier mal öffnen. Und geben jetzt einfach mal ein, 2 plus 2. Dann seht ihr hier gleich 4. Aber wir haben jetzt noch die Möglichkeit, hier zum Beispiel auch herzugehen, das hier reinzumalen. 2 plus 2 ist 4. Zeigt ihr die dann da auch an. Unter iOS 18 haben wir jetzt eine Erweiterung für die Uhren-App bzw. für die Stoppuhr bekommen. Wenn wir jetzt hier eine Stoppuhr starten und das Ganze verlassen, wird es uns jetzt hier oben auch komplett angezeigt, was jetzt hier gerade läuft. Und das ist auch eine sehr coole Sache, weil das haben sie bei der anderen Beta-Version in iOS 17 oder was rausgenommen leider. Aber jetzt in iOS 18 haben wir die Möglichkeit, das Ganze hier oben einzusehen und ich finde es sehr cool. Unter iOS 18 haben wir jetzt eine überarbeitete Taschenlampe bekommen und die können wir im Kontrollzentrum aufrufen. Hier tun wir es jetzt aktivieren und hier schaut es auch schon so aus, also ein wenig anders da. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, das Ganze hier, ja, den Lichtkegel hier einzustellen. Hier gebündelt oder hier etwas verstreut und ja, das ist auch wirklich sehr schön. Die Fotos-App unter iOS 18 hat einen Neuanstrich bekommen, die schaut jetzt so aus. Da muss man sich noch ein wenig dran gewöhnen, aber es geht schon. Ja, das war es jetzt auch schon mit dem ganzen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass gerne ein Like da, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen und unterstützen. Und wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest auf meinem Kanal, kannst du diesen gerne abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal.